Musik 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 Gut Gut, 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 gut Ah ok, und direkt da müssen wir auch schon rein Was guckst du denn so? Ah, du bist eine Frau Oh Das habe ich jetzt tatsächlich mal nicht erkannt Sieh an, was das Meer da anspült Hey du, zu welchem Clan gehörst du? Zu keinem Bin vom Festland In dieser Taverne trinken nur Krieger von Skellige Warum seid ihr denn dann hier? Ihr seht nicht wie Krieger aus, eher wie Schäfer Jeder Skelliger ist ein Krieger Sogar die, die im Schafstall zur Welt kommen Aber das verstehst du wohl nicht Auf dem Festland sind ja alle Männer Trallen Buckeln vor ihren Herren und betteln wie Köter um Brotkrümel Hey Wer einem Reisenden die Unterkunft verwehrt Bringt Schande über sich und seinen Clan Haben eure Väter euch gar nichts gelehrt? Red du nicht von meinem Vater hier rund Sonst stopfe ich dir den Hals Und du Fremder, merk dir Dies ist nicht Kerr Trolde Und wir sind nicht die Angräte Hier sind Gäste nicht willkommen Du selbst hast also nichts gegen Reisende? Ich hab was gegen Dummköpfe Egal wo sie herkommen Geralt von Riva Hexer Jorund, Sohn von Siegwald Wenn du niemanden zum Trinken hast, setz dich doch zu mir Teilen wir Med und Geschichten Okay Med klingt auf jeden Fall gut Nehm ich Was soll das heißen? Ja, Geralt? Ich habe die Nachricht gelesen War sehr knapp Kannst du mehr erzählen? Über die Bestie? Es ist ein Geist, glaube ich Oder irgendein anderer Albtraum Sucht Eldbergheim Beim Leuchtturm Es fing alles ganz harmlos an Eines Nachts blieb der Leuchtturm dunkel Ohne sein Licht kommen die Schiffe nicht sicher nach Arim-Bjorn Also haben wir zwei Männer losgeschickt, um nachzusehen Lass mich raten Sie sind nicht zurückgekommen Stimmt Mikjal, der Leuchtturmwärter, war auch verschwunden Ich stellte einen Suchtrupp zusammen und segelte los Als wir uns der Insel näherten Riss sich das Ruder herum und drehte um Ich hatte am Ufer eine Erscheinung gesehen Du hättest mich bestimmt für einen Feigling, aber Stahl hätte nichts genutzt Das habe ich gespürt Ihr fiel nur noch ein im Dorf Geld für eine Belohnung zu sammeln Hilf uns Dann gehört es dir Gut Mal sehen, was ich tun kann Danke, Geralt Du bist ein feiner Kerl Muss ich schon sagen Um Geld zu verhandeln Weil Wir haben relativ viel Wo ich mich echt nicht beschweren kann, ist Money Money haben wir genug Money, Money, Money Geld nicht von mir Was für eine Geschichte von Namen Okay Äh Zum Leuchtturm Wird uns da irgendwas Nein, natürlich nichts Wir dürfen also den ganzen Weg alleine dahin hinrennen Na gut, aber der Leuchtturm ist ja gut sichtbar Da sollten wir leicht hinfinden Autsch Huch Irgendwie auf die andere Seite gekommen Ich glaube, dass ich da so nicht hoch komme Da hinten ist die Brücke Ich wusste jetzt nicht mehr genau, wo die Brücke ist Aber hier ist dann der Weg Hier wäre es gewesen Aber alles halb so wild Frag mich nur, warum die Punkte zurück zeigen Obwohl wir ja in die richtige Richtung gehen Leicht seltsam Leicht seltsam Das war, glaube ich, eher Glück als Verstand Wir kommen zumindest im Leuchtturm Leuchtturm Wann ja Und beim letzten Mal war ich hier, glaube ich, noch ein Wolfsgrudel Hat mir aber mal nicht ausgerottet Ach du Kacke Okay, geschafft Das ist kein gewöhnlicher Nebel Nicht Ach Erscheinungen Die sind jetzt nicht mehr ganz so schwer Gewöhnlicher Geist Gewöhnlicher Geist Ihn einfach zu töten würde nichts ändern Hatte fast die Deckung erreicht Aber nur fast Fast? Aber nur fast Hey, ist da jemand? Wie kommst du denn her? Was denkst du? Das ist eine Insel Bist du Mikjal? Der Leuchtturmwärter? Jorund aus Arenbjorn hat mich geschickt Wo kommen denn diese ganzen Geister her? Zuletzt habe ich sowas bei Werben gesehen als... Aus dem Nichts! Einfach so! Das Feuer ging aus Und der Wind legte sich plötzlich So fing es an Ich kam her Ich kam her um Öl zu holen Ging vors Haus Sah nach oben Sah den Nebel Und da tauchten die Geister auf Sie stürzten sich auf mich Bin zurück ins Haus Hab die Tür verriegelt Und dann hab ich's gehört Jemand hat meinen Namen geflüstert Mikjal Mikjal Ich sah hinaus Da war diese große Gestalt Von ihr ging so viel Kälte aus Dass die Fenster vereist sind Ah ja Diese große Erscheinung Erzähl mir darüber Sie... Sie schien intelligenter zu sein Als wir anderen Als wüsste sie alles Ich war keine große Hilfe, oder? Ich hab sie nur einmal gesehen Danach ist sie verschwunden Diese Geister sind nicht ohne Grund erschienen Etwas hat sie hergelockt Weißt du was? Keine Ahnung Hier gibt's nichts Den Leuchtturm, meine Hütte Sonst nur Felsen Sogar die Ertrunkenen wissen Dass es auf Elbberg nichts zu holen gibt Seltsam Ich muss mich umsehen Hier Das ist der Schlüssel für den Leuchtturm Falls du einen Blick reinwerfen willst Oder vor etwas fliehen musst Hatte der gerade kurzzeitig kein Bein? Sieht ja gerade aus, als hätte der kein Bein gehabt eben Gut, wir erkunden den Leuchtturm Hier ist soweit nichts Nur Erscheinungen Okay Wesen brauchen wir da nicht mehr zurücklaufen Ich mach das Ganze auch schon mal ein bisschen einfacher Uh Symbole einer Bindung Manifestationen bösen Willens Fokussiert Konzentriert Es ist also ein Fluch Ein Fluch, der die Geister hier hält Nein Ein Fluch Wie gut, dass er mir nicht erschienen ist In dem Nebel und der Dunkelheit kann ich ihn nicht töten Das Leuchtfeuer muss brennen Wenn Mikjah der Verfluchte ist, bindet der Fluch ihn an diesen Ort Nur er kann das Feuer entfachen, das den Fluch bricht Oh, okay Wollte gerade sagen Mensch, dann machen wir doch einfach das Feuerchen an Aber ja Gut, wenn Mikjah das machen muss, dann muss Mikjah das halt eben machen Aber vielleicht sollte er sich nebenbei auch noch einen neuen Namen zulegen Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der beste Name Das ist einfach nur so Idee Ah Und er denkt sich nur so, oh Gott, jetzt kommen die Geister Ach du bist's Hast du was rausgefunden? Jupp Die Insel wird von einem Büßer eingesucht Er bestraft den Schuldigen für seine Verbrechen, seine Taten Aber Ich bin der einzige, der hier lebt Und ich habe niemandem was getan Keiner sterben Seele Darüber reden wir später Jetzt aber brauche ich deine Hilfe Aber warum? Ich bin kein Krieger Dachte ich mir, aber ein Fluch liegt auf dir und diesem Ort Den kannst nur du brechen Du musst nur das Feuer im Leuchtturm anzünden Der Büßer ist unbezwingbar Solange die Insel im Dunkeln liegt Ich kann nicht rausgehen Er würde mich umbringen Das spüre ich Vielleicht könntest du Ich begleite dich Keine Ausreden Hol dir das Öl, dann gehen wir Bevor ich meine Meinung ändere Seh nur Da Das ist er Ich sehe ihn Sei still und zünde das Feuer an Vergiss nicht Wenn du versagst Tötet der Büßer erst mich und dann dich Beeil dich Ich weiß nicht wie lange ich dich noch loshalte Na ja, mit ihm ja gar nicht Na ja, mit ihm ja gar nicht Ich habe die Hoffnung, dass er es geschafft hat Okay Er ist zumindest bis dahin gekommen Der Rest liegt dann wohl Im Zufall Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Und Das kann, glaube ich, Ewigkeiten dauern. Endlich. Jetzt können wir es zu Ende bringen. Das hat aber lange gedauert. Oh, okay. Das ging schnell jetzt. Äh, Trophäe, ja. Ja, Trophäe. Hat es funktioniert? Ja, hat es. Trotzdem weiß ich immer noch nicht, warum der Büßer herkann. Du solltest lieber vorsichtig sein. Ich würde dir gerne mit Worten und Gold tanken. Aber meine Geldbörse ist leer. Das Gefühl kenne ich. Mach's gut. Gut, dann holen wir uns unsere Belohnung ab. Oh, ein Bautzi. Da hinten. Ja, Gerard? Ich habe das Monster vom Leuchtturm getötet. Es war ein Büßer, ein sehr gefährlicher Geist und ein sehr seltener. Warum ist er auf Elbberg aufgetaucht? Das war immer eine friedliche Insel. Selbst Sirenen haben sich dort nicht eingenistet. Dort hat jemand ein Verbrechen begangen. Etwas Schreckliches. Das spielt keine Rolle mehr. Reden wir lieber über die Belohnung. Jaja, hier ist sie. Du hast dir jede einzelne Münze redlich verdient. Und eine Runde. Ein Prosit auf deine Gesundheit. Bis dann. Okay, gut. Das hatten wir dann schon mal. Hier kommt der Bräutigam. Wo ist das? Auch wieder da oben. Direkt am alten Wachturm. Ja, das hätten wir auch vorhin machen können. Das geht dich einem furchten Gericht an, wo ich hin will. Ja, aber eigentlich, ja, verkaufen. Au revoir. Okay. Machen wir schnell Reise wieder. Was so lustig ist. Das ist der einzige, der mich hier gerade hergebereitet hat. So. Wunderbar. Ich kann mir vorstellen, um welche Öle es sich handelt. Ich denke mal, es gibt jetzt hier in diesem Berg auch nur eine. Deswegen leiden wir hier gepflegt einmal runter. Sirenen-Spuren. Sehr große Sirenen. Melusine. Die verrückte, gefährliche Dame aus der Tiefe. Die ist hier eindeutig verehrt worden. Okay. Hier gehen wir wieder raus. Okay, da hinten sind noch Spuren. Hier, da hängt die gerade nur so minimal fest. Seltsame Farbe. Das ist keine gewöhnliche Sirene. Auf dem Altar liegen die gleichen Schuppen. Der Melusine-Kult ist nicht aus dem Nichts entstanden. Die Ekitna lebt schon eine Weile hier. Hat Winterschlaf gehalten, ist jetzt aber aufgewacht und hat Hunger. Ja, nicht nur sie hat Hunger, auch die hat Hunger, wenn die hier lebt. So, also hier einmal hoch. Äh, wo würde ich denn gehen? Ich werde schon nicht kommen. Okay, mach das. Bis gleich und knuddel den Hund von mir. Deine Fehnase. Lass dich nicht von Wölfen fressen. Tief gefallen, wer das wohl ist? Hm. Das ist mein Lieblingsmonster. Warum wusste ich das? Also wenn sie weiter da oben rumlungert, ja, das können sie weitermachen. Das ist ein einfacher Kampf. Okay. Okay. Das ist der West. Okay. Belohnung abholen. Belohnung abholen. Durch im Moment. Sieht nach Regen aus. Nein! Echt, Geralt? Wäre ich jetzt so schnell nicht draufgekommen. Hallo, meine liebe Fetze. Ist das hier richtig? Wir sind hier richtig. Äh, nicht die Klippe. Ja, braver Fritze. Heya! Geh mal nach unten, bitte. So ist es gut. So schön. Du bist dicht von hier, wie ich sehe. Was führt dich nach Speaker Oak? Ich höre, hier gibt es Arbeit für einen Hexer? Ja, meine Schwester nervt schon immer zu damit. Ich habe einen Aushang gemacht, damit sie Ruhe gibt. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass ich jemand dafür interessieren würde. Worum geht es denn? Der Verlobte meiner Schwester ist verschwunden. Die Leute sagen, er ist weggelaufen. Meine Schwester sagt, sie habe gesehen, wie er von einem Monster verschleppt wurde. Ich habe eine alte Echidna in einer Höhle am Strand gefunden. Zähes Biest, aber ich habe sie getötet. Diese Höhlen sind tückisch. Früher haben die Leute dort der Melusine geopfert. Dann hat Britt die Wahrheit gesagt, eine Echidna hat sich ihrem Nils geschnappt. Jetzt fühle ich mich wie ein Idiot, meiner eigenen Schwester nicht geglaubt zu haben. Nimm dies. Harte Arbeit muss bezahlt werden. Bidesehn. Bidesehn. Okay. So, dann haben wir hier noch einen Hexeauftrag bezüglich des Drachens. Machen wir natürlich auch. Dafür müssen wir nach der ganz hinten. Ah, doch da oben. Hör ich. Wo ist der? Ach, aber auf der komplett anderen Seite. Gut, manchmal kann man sich auch täuschen. Aber da unten ist sicherlich immer eine weitere Tore. Ah, warte da unten. Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Drachen. Wie sieht er denn aus, zum Beispiel? Das weißt du nicht? Und du willst Monsterjäger sein? Er hat Schuppen, Flügel, Clown. Ein Drache ist ein Drache. Langes Diskutieren bringt nichts. Töte ihn, sonst gibt's noch mehr Opfer. Hexer töten eigentlich keine Drachen, aber ich werde mich umsehen. Du hast von Opfern gesprochen, richtig? Zwei Brüder, Askel und Milas. Sie sind auf die Jagd gegangen und endeten als Beute. Sie waren so übel zugerichtet, dass selbst mir anders wurde. Und ich habe genug Verletzungen gesehen, war bei 32 Raubzügen dabei. Von Povess bis zu den Bergen von... Eine spannende Geschichte, ganz sicher. Aber ich bin mehr an den Wunden interessiert. Kannst du sie beschreiben? Sieh sie dir doch selbst an. Die Familie bereitet gerade das Begräbnis für die Jungen vor. Ihre Leichen liegen im Elternhaus am nördlichen Ende des Dorfes. Aber behandle die Leichen mit Respekt, wie es die Tradition verlangt. Okay. Schauen wir uns die Leichen einfach mal an. Tja, schon wieder jemand, der die Opfer des Drachen ansehen möchte. Vielleicht sollte ich Eintritt verlangen. Vielleicht. Ich würde aber nicht bezahlen. Ich habe in meinem Beruf genügend Leichen gesehen. Ich bin ein Hexer. Ich bin hier, weil ich den Auftrag mit dem Drachen angenommen habe. Ich bitte um Verzeihung. Ich wusste es nicht. Wie kann ich helfen? Wo wurden die Leichen gefunden? Auf der Lichtung, auf der anderen Seite des Flusses. Die Jungs, sie waren immer dort, von klein auf. Sie haben dort Hasen gejagt. Es wird nicht einfach für dich sein, aber ich muss mir ihre Verletzungen ansehen. Wenigstens hast du mich um Erlaubnis gebeten. Anders als die anderen. Wenn du die Bestie dadurch besser töten kannst. Gerne. Das ist vorerst alles. Danke für deine Hilfe. Und ich verspreche, sie zu rächen. Okay. Klauenspuren, Bissspuren, aber nichts verbrannt. Interessant. Also kein Drache? Wie sie sich immer alle über den Regen gesperren. Hier regnet es deutlich seltener als die Novigrad. Oder? Ziemlich schwacher Drache. Konnte die Kuh nicht tragen. Hat sie nur zerfetzt und dann liegen gelassen. Nicht ernsthaft. Na, das kann ja noch weiter werden. Sind sie gerade an der Tür, oder? Woher weißt du das? Nein, theoretisch. Die Suche kann eigentlich immer nur an einen einzigen Ort führen. Das Blut der Kuh. Es könnte mich zum Versteck führen. Ich würde sofort, wo ich anhalten müsste. Unglaublich. Oder er hat sich wieder versteckt in der nächsten Ohrse-Ecke. Bald hängen in der gesamten Siedlung einfach Verhandlungsfotos. Ein Nest. Wahrscheinlich von einem Gabelschwanz. Warten ergibt keinen Sinn. Ich brauche einen Köder. Oder man macht einfach so eine meterlange Leine. Und elektrische Fußfesseln. Immer wenn er sich zu weit von zu Hause entfernt, vibriert es dann. Gibt es eine Nachricht auf Sandy. Ach, Geralt. Schnappt der einfach irgendwie vom Feld? Ist das jetzt mit dem Drachen oder nicht? Ich habe das Nest des Drachen gefunden, aber ich brauche einen Köder, zum Beispiel ein Schaf. Ah, verstehe. Willst du es mit Schwefel vollstopfen? Äh, noch ein Verbündeter des kleinen tapferen Schuhmachers. Nein, ich schaffe das ohne Schwefel. Ich brauche nur ein Schaf, ungewürzt. Gut. Das hier kann ich dir geben. Es ist zwar räudig, aber was soll's. Weißt du, wie man ein Schaf treibt? Du scheuchst es wie ein Schäferhund. Du kommst von links, es geht nach rechts. Du kommst von rechts, es geht... Wenn Hunde das kapieren, kriege ich das auch hin. Nein, ich muss ja sich ernsthaft ein Schaf scheuchen, oder? Wie ruft man eigentlich ein Schaf? Ihr Schäfchen? Hey, Schäfchen, komm her. Wir jagen jetzt einen Gabelschwanz. Das Schlimmste ist... Hü, Schaf. Lauf schon, Hoppe. Ich will das Schaf, aber nicht auffahren. Wie geil. Nee. Wirklich nicht. Oh, sie gibt Schafsbraten. Oh, sie gibt Schafsbraten. Endlich. Lass das Schaf bitte in Ruhe. Oh, sie gibt Schafsbraten. Oh. Aua! Okay, damit treffe ich nicht. Ja, sozusagen! Oder am Horn, besser gesagt. Ich weiß nicht, was er da oben drauf hat. Perfekt! Toll rum! Lauf nach Hause, Schaf! In der Tat! In der Tat! Ich frage mich manchmal, ob die sich nicht einfach mal ein paar andere Sätze einfüllen lassen könnten. Langsamer! Nein, echt, es regnet! Ich hab ihn noch schon getötet! Das Problem ist gelöst! Und? Das war's? Erzähl mir mehr! Hat der Drache vorher gespuckt? Hat der Drache vorher gespuckt? Oder Gift? Ja, in der Tat! Wobei bei Gothic finde ich sie noch etwas zerrter. Aber damals waren ja auch noch andere Zeiten. Da wurde ja noch nicht jedes einzelne Wort schlecht gemacht. Da durftest du dich wenigstens noch beschweren. Da durftest du auch wenigstens noch gewisse Wörter sagen. Das war kein Drache, sondern ein Gabelschwanz. Sieht ähnlich aus, ist aber kleiner und nicht so gefährlich. Da konntest du auch noch deine Muttersprüche machen, ohne dass du dafür verurteilt wirst. Wir hatten uns auf eine Summe geeinigt. Ja, für einen Drachen. Hätte ich gewusst, dass es ein Gabelschwanz ist, hätte ich ihn selbst umgebracht. Ist klar! Ach, komm! Als ob. Das ist ein Novigrad. Das möchte ich jetzt gerade nicht machen. Weißt du, der Rena? Dann bleibt ja noch das hier. Und dann halt die hier. Und das hier ist Horst of Stone. Ja, bleibt ja gar nicht so viel. Danach können wir echt die Hauptstory weitermachen. Es regnet. Es regnet. Ich habe nicht gesagt, dass wir das Fotos schaffen. Ich habe nicht gesagt, dass wir das Fotos schaffen. Aber wir müssen nicht im Regen stehen. Wir können zu mir gehen und dort regeln. Worum geht's eigentlich? Siehst du die Anhöhe hinter dem Dorf? Jahrhundertelang war dort nichts. Bis wir eines Tages erwachten und bumm, stand da der Turm. Und plötzlich schlugen Blitzer ein, als ob die Nagelfahr angesegelt käme. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Jemand muss was gegen den Sturm machen. Bei den Wellen können wir nicht zum Fischen oder Plündern raussegeln. Gut, ich werfe mal einen Blick hinein. Möge Hemdal dich führen. Okay. Okay. Also, auf zu dem mysteriösen Turm. Wie soll ich den wir auch hinkriegen? Wenn das hier für dich Mieseln ist, dann... Ich will hier nicht wissen, was für dich ein Schauer ist. Wie ein Fiesel-Fiesel. Ja. Also, ich würde das ja schon als Regenzauer... äh, Regenzauer, genau. Regenschauer... ...bezeichnen. Aber naja. Jeder hat da andere Ansichten. Geras, du kannst jetzt einfach ruhig hochgehen. Ich hasse Portale. Oh, Portale bedeuten, dass es gut wird. Wunderbar. Das Portal ist geschlossen. Ja, und es ist auch schon wieder ein... ...Vonstrukt. Angrengung erscheint. Nicht weiter angrengen. Sofort umkehren. Umkehren nach herein. Frühgeschlagen. Oh. Oh. Hoppala. Wir haben ein Sicherheitssystem. Ein... ...elektronisches. Was ist das? Sie wurden wohl auch vom Golem empfangen. Oh. Endlich ist jemand da, um mich zu befreien. Noch dazu ein berühmter Hexer. Den Göttern sei Dank. Was für ein Glück, dass du in Kovir bist. Hat dich König Tankred geschickt? Oder die Gesellschaft für Magie? Weder noch. Und wir sind nicht in Kovir. Wir sind in Skellige. Die Leute hier haben mich angeheuert. Dein Turm hat einen großen Sturm über die Insel gebracht. Wir sind in... ins Kellige? Wir wurden... ...schiss. Wir wurden teleportiert. Oh, es ist viel schlimmer, als ich dachte. Wie bist du überhaupt? Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehe. Der Turm ist mit einem... ...ääh... ...defensiv-regulatorischen Magikon ausgestattet. Natürlich! Was? ...seines magischen Verteidigungssystems. Es sorgt dafür, dass nur der Besitzer des Turms ihn benutzt. Wenn Einbringlinge kommen, werden die Zimmer verriegelt und der Zugang verweilt. Sag ich ja diabolisch. Und da keiner von uns der Besitzer des Turms ist, hat der Golem mich angegriffen und dich eingesperrt. Und wie umgehen wir die anderen Schutzmaßnahmen? Wir müssen das defensiv-regulatorische Magikon deaktivieren. Der frühere Besitzer des Turms hat eine Abhandlung über das Beseitigen solcher System geschrieben. Gottfrieds Omni öffnendes Grimoire. Gottfrieds Omni öffnendes Grimoire. Er müsste ein Exemplar im Turm haben. Bitte such es. Wenn ich es habe, kann ich versuchen, das Sicherheitssystem zu umgehen und dich nach Hause und den Turm nach Kovir zu bringen. Du scheinst zu wissen, wer ich bin, aber ich kenne nicht mal deinen Namen. Siego Bunz, Magier und Zauberer am Hof in Pontwanis. Okay, ich hätte jetzt jemand anderen gedacht. Dieser Turm sollte mein neues Zuhause wählen. Ich habe ihn bei einer Auktion gekauft. Naja. Einen Turm bei einer Auktion? Er gehörte Gottfried Stammfeld, einem bekannten Magier. Als er starb, haben seine Erben den Turm versteigert. Sie waren sehr misstrauisch. Niemand traute sich nachzusehen, was Onkel Gottfried in seinen bunten Gläsern aufbewahrte. Also ob die Inhalte in den Geruch sind und sein linkes Auge gekauft hat. Das ist der Weltloch. Sie wollten den Turm mit allen dahin verkaufen. Oh, schön. Ich konnte nicht widerstehen. Ich mag Magier irgendwie nicht. Die sind immer seltsam. Die Bibliothek wäre ein logischer Ort für die Suche. Der Schlüssel müsste im Labor sein. Wo liegt das? Wenn du den Raum gegenüber betrittst, siehst du links das Labor und geradeaus die Bibliothek. Aber vergiss nicht, du bist ein Eindringling. Der Turm wird versuchen, dich aufzuhalten oder dir das Leben schwer zu machen. Ich höre wieder das. Wir werden sehen, wer zuerst kapituliert. Nö. Es gibt eigentlich nichts, das mir nicht das Leben schwer macht. Ah. Eindringling im Turm. Westliche Gegenmaßnahmen eingeleitet. Nein, nein. Hier werden keine Gegenmaßnahmen eingeleitet. Geralt. Tauchen Sie bitte. Holla. Gehen Sie bitte? Minimal Ertrag! Minimal! Weiter, weiter, mein Herz. Ja, ich bin nicht begeistert. Das ist eine Tabakspfeife. Noch ein Arlgol. Boah. So. So. Ja, klar. Und noch ein Wehrwoll. Zeig mir, was du zu winken sagst. Kommt noch irgendwas? Wird noch jemand spielen? Eine Kuh? Jo. Klar soweit. Also, die Kuh seht ihr auch, oder? Ich habe also nicht so viel getrunken. Weißt du? Ja komm. Hordin. Hordin an Monstern. Und dann eine Kuh. Ich habe auch wieder von... Wie ist das? Wie ist das? Vielleicht sollte es mal so einen Coo-Dance geben. So ein Coo-Dance wäre doch geil. Weißt du, die Coo macht es sich jetzt hier einfach mal so bequem, ne? Sie tut mir ja schon fast so ein bisschen leid. Sie hat hier weder was zu essen noch zu trinken, hat sie. Wie will die Coo hier jemals rauskommen? Okay, die Coo kann... Was tut diese Coo? Ich kusche mit einer Leiche? Oder... Oh ne, nicht schon wieder. Also über manche Sachen sollte man sich... Also sollte man nicht zu viel achten. Oh Gott. Müht, ich bin. Gott sei Dank habe ich noch eine kleine Mini-Armee an Ender-Trees. Sieht aus, als wäre er erstickt. Schrecklicher Tod. Schrecklicher Tod. Äh... Es... Es geht. Es geht. Besser als gar keiner? Aber ich war ja nie so der Booster-Fan. Es ist aber immerhin besser als der... Oh, der Monster. Der Monster-Energy. Der war ekelhaft. Der war richtig ekelhaft. Bah, war der ekelhaft. Äh... Äh... Ne, mache ich gleich in der Pause. Beziehungsweise... Ich weiß die Sachen aber noch. Runde Futter. Grillkohle. Guten Energy. Bier. Äh... Kann ich Freitag eins kaufen. Könntest du machen. Ich kann sie aber auch gleich schreiben. Da dauert ja nicht lang. Muss eh gleich nochmal. Wohin? Wie oft bin ich an dem Buch vorbeigelaufen? Wer ist der unter den Zauberern Kovias? Äh... Oh. Ich finde gut, wie es... Amor hilft dein Hexersenne. Ja, gut. Das hat... Äh... Äh, das ist doch was. Schnittpunkte und geomantische Linien. Nicht das, wonach ich suche. Das ist noch ein Buch. Angewandte Golemantie. Ich muss weitersuchen. Auch noch? Ah, wir haben es. Ein Turm, der einen vergasen will. Nicht schlecht. So, ich hoffe, er kann damit jetzt wirklich was empfangen. Hast du den Folianten gefunden? Ist es das hier? In der Tat. Tritt ein wenig zurück. Ich muss die Barriere deaktivieren. Beunruhigende Hinweise auf Freiheit? So, jetzt ist die Einkaufswissen fertig. Und was geht's nebenbei. Was geht's nebenbei? Kann ich dir dann hochbringen, wenn... ...du ins Bett gehst? Oder... ...so. Oder ich gleich hochkommen sollte. Je nachdem, wie... ...wie sehr es drückt. Ich freu mich echt, wenn ich so ein Pumps-Kroma unten habe. Ah, der hat Genius. Ich würde der Kerl nicht umbringen. Das bestgehen werde ich jetzt. Okay, dann, äh... ...komme ich gleich nach dem... ...Kampf kurz... ...hoch. Äh... Ich hoffe, dass es nicht auch zu lange dauert. Und ich hoffe, dass ich es überleben werde. Denn das Misty hier... ...ist doch... ...weiß nicht da. Oh, Gott. Mach mich fertig. Gottfrieds Abhandlung war sehr hilfreich. Es ist vorbei. Wärst du nicht gekommen, würde ich immer noch im Käfig stecken. Ja, wahrscheinlich zu Recht. Das ist meine Kleinigkeit. Nimm sie als Zeichen meiner Dankbarkeit. Danke, aber ich wäre noch glücklicher, wenn du diesen Sturm stillen und den Turm woanders hinbringen könntest. Ist so gut wie erledigt. Und solltest du nach Kovir kommen, besuche mich in Pontvanis. Aburagi Varatern. Halt! Was tust du da? Ja, Gerard, der es hasst, äh... ...wecktelepuntiert zu werden. Ich kann es... Mittlerweile kann ich es echt nach am Schwinden. Weil das ist echt nicht schön. Weißt du, jedes... ...jedes verdammte Mal landet man im Wasser. Entweder weil Yennefer irgendwie wieder... ...en Anfall hat. Oder weil irgendjemand jetzt blöd ist, mich... ...an Land zu teleportieren. Ich bin nur klatschnass. Lass die Böhm mal fliegen! Was für Wunder! Bumm! Blitz! Der Turm ist verschwunden und du bist vom Himmel gefallen! Und der Sturm? Er war sofort weg! Hab ich nicht gesagt, dass wir einen Hexer brauchen? Ein Experte ist immer am besten. Und die Arbeit eines Experten muss belohnt werden. Ich wusste, dass die Arns Gelliger ehrliche Leute sind. Wenn du wieder hier bist, komm vorbei. Wir werden dich mit offenen Armen empfangen. Danke. Lebt wohl. Warte, Hexer. Hast du meinen Bruder dort drinnen gesehen? Er heißt Horn. Er ist mit den Droiden und ein paar Jungs reingegangen. Ich habe eure Freunde gefunden. Sie waren leider alle tot. Tut mir leid. Ich habe ihm gesagt, dass er nicht gehen soll. Aber er wollte ruhen. Lass uns nach Hause gehen, Jarl. Es bringt nichts, hier rumzustehen. Lebt wohl, Hexer. Danke nochmal für deine Hilfe. Okay, so. Dann mal nochmal eine kurze Pause. Ja, ohne Bruder steht auf dem Zettel. Grillkohle auch. So, dann gehe ich einfach ganz kurz in die Pause. Bring mir den Zettel hoch. Sag dir Gute Nacht. Geh aufs Klo. youtube. Wo ist die Chance? Alles mucht? Es ist eine quand Accounts. Ich bin nicht sicher wo. Bis zum nächsten Mal. Ich bin nicht dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.